bei 42 mann kann man sich auch schon mal teilen oder viel zu viel viel zu viel kannst du dich adäquat bewegen eine chance na dann rein mit euch und wir werden jetzt alle da unten verbluten ein paar betta wir gehen einstück nach links 50 seconden two ranks fallen und weiter gehts auf den Ranks auf meinem Land auf dem Ranks 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 natürlich, wir sind ja eine gute Katholik hätte ich Fulltipps? ja, mach mal Fulltipp alles klar, wir spielen im Ranks rein Kopen Okay, Officer zu der Front, I guess So, dann ziehen wir also wieder gegen die Weberklechte ins Gefecht Ich scheibe wuss auch ja auf jeden fall mal die ganze laut die offiziere stehen aber ja meine brüder was treibt euch an was treibt euch an wie ihr hier vor mir steht im angesicht des beinahes was hat euch unsere linie getrieben es ist die ehre ob ihr nun es oder trinkt oder kämpft was ihr auch tut tut es zur ehre gottes bei gott ist mein heil und meine ehre der feld meiner stärke meine zuversicht ist der herr mein gott wer ist der könig der es ist der herz über ort ist der könig der ehren gott aber unsere vater dem sei über alles ehre wissen alle ewigkeit amen brüder ja nicht was für geld sehr schön gesprochen in der tat jetzt habe ich lust zu töten nach der predigt das ist schon hart wie das das zu kochen bringt ich habe jetzt der plan besprochen wie wir uns am besten aufräumen jetzt haben wir gerade das sehr geil ist aber sowas von ging ja müsst das mal so machen dass wir einzeln vorkommen zu dir und uns jedes mal den säg und oblate gibt das finde ich vor allem leuten die blut für dich vergoßt die blut für dich gegeben das ist gut zu wissen genau ja all right so i would say 50 seconds and 20 uh 20 seconds virginia as well you guys will be on the left flank near the uh near the stones and yeah near the tree basically da hinten wurde gerade die fahne eingefangen toll 56 and 8 Florida will be on the left side on the road on the on the snake fence just basically we're missing the flank we're missing the flank what no 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 leave the right side open because they are mostly charging it if they will take it leave them because they will be exposed on the road and on the field as well the whole strategy we have a slight overhang yeah hold the left side we can shoot them and they will have no defense whatsoever because they will be on the flank of this fence and on the road haha ja ja Dein Wort in Gottes Gehörgang Jetzt ist der Weg Jetzt ist der Weg Die rennen mit der weißen Fahne voraus Nicht gut Keine weiße Fahne, das ist ein weißer Drache auf weißem Grund Ach guck mal da ist der Weihnachtsmann drauf Bitte? Die sind die Jungfrau Marien Beifalt, right of lane Over the fence Storm, willst du die Steine nehmen? Ja, wir nehmen die Steine genau Wir werden uns lassen Dann bleiben wir hier am Baum Good luck Peace soldier Countermarch, Beifalt, right Countermarch, Beifalt, right Prepare for hold Creeper for hold Hold Front Left face So, dann gucken wir da mal wo sie herkommen Von rechts Die rechte Seite komplett Das ist mal der beste Weg die aufzuhalten hier Weil da können wir sie seitlich reinfeuern Peace soldier, stell ich mal hinter Peace soldier, sorry Highlander, stell ich ruhig mal etwas weiter Hinter der Linie Auf jeden Fall noch ein paar Aufklärer auf der Strahlung gewesen Stell dich mal hier hin Wir haben auch ein paar Aufklärer oben, das passt schon Ja gut, die warnen uns vor Wie, wenn ich hier so von Maske bissen Was? Was ist mit mir? Was ist mit mir? Drückst du mich hier grad zur Koppel weg? Drück ich mich nicht weg jetzt Weg in the light? Okay Wir haben aber keine Skirmische Hier haben aber welche Ah ne, Entschuldigung, die haben zwei Mütter Die Säcken, die sind in the United States Okay, die werden jetzt, die laufen gerade jetzt unten zur Kornfeld, sollen sie machen? Die haben Backenboot Ja Hier sind zwei Einheiten, die und rechts ran laufen Oh, da oben, geradeaus Ich sehe sie Na, ich stehe noch hinterm Hügel Wendt noch eine Einheit vor Das ist unsere Skirmischer da oben gerade Wo man auf dem Hügel kam Ja, ich meine, von da rechts rüber geraten sind Das waren mehr als zehn Mann Kill Gentlemen Can you move out? Da oben sind sie Right wheel Right wheel Right wheel Forward march, prepare for home Reader Einheit kommt vor Stellen wir uns mal auf, dass wir ein bisschen Kreuzfeuer geben können Sieht euch da hinten laufen? Yep Der Game Ey Feier Weit weg Alles gut, es reicht ja, wenn wir da selber reingeben So, jetzt halten wir den hier erstmal So quer schießen wir Wir schießen jetzt direkt geradeaus Äh, jetzt Moment nicht, alles oben am Baum ist jetzt Skirmischer von uns Richtung Ost, Südost Da oben an dem kleinen Bäumchen, was da rum darf Das ist Skirmischer, die Union ist jetzt unten Am Maisfeld Und deshalb stehen wir jetzt hier Falls die durchs Maisfeld kommen, gehen wir denen oben eine Salve durchs Maisfeld durch Direkt am Zaun Die Linke Einheit drückt vor Ja Meldung? Lass die laufen Ja, erzähl Äh, wir gehen nach oben vor Sehr gut, sehr gut Wir bleiben hier unten trotzdem erstmal Gut Vor Hat sie ihn erwischt? Weiß nicht Ne, ne, Ginga hat nur wieder Mist geübt Achso Achso Zucker gefuttert Will uns nicht weiter We got caught by the unit They send a small group back around behind us To fight us I'm pretty sure we killed a good chunk of them But their entire force is on the far right side of the field Ja, ja, I see that, I see that We stay here so we can shoot, äh The defense line If they come a little bit closer to the Please? Recover arms Recover arms Copy that I didn't need to get too much skirmishers though They are over there by their cells Ja, ja, ja We have one unit, äh, up the hill now Ja, I see that, I see that Ja, oh nice, okay These are... I don't know how many of my guys died in that Okay, so there's right, there's Moth Okay, alright cool There's enough of us to move back out over there Okay, cool, cool There's enough of us to move back out over there Okay, cool, cool Okay, cool Okay, see you there? You... On the trees Nee, nah Nee, da oben sitzt immer noch skirmish Jetzt kommt die da oben, jetzt Die laufen da oben jetzt gerade runter, seht ihr die? Das sind zwei Einheiten mit fahren, direkt an den Bäumen Ja Die sind aber nicht höher, sonst schießt ja unsere eigene Leute auf dem Feld ab Take aim wenn die dritte sein mit zwei fahren die laufen zusammen ja ja wir stehen hier nicht zu tief jetzt läuft unsere einheit gerade wieder auf die straße runter springen gerade über den zaun hier vorne wartet kurz danach direkt hinter der blauen fahne jetzt da wo der qualm herkommt ich will uns hier nicht wegbewegen wir halten uns gerade mal ein bisschen raus unsere aufgabe ist es wenn die durchs maisfeld hier vor uns kommen auf der rechten seite wenn die hier nach vorne kommen geben wir die eine salve in die seite rein wenn wir jetzt nach vorne auch damit kämpfen dann verbrauchen wir einfach zu viel dick ist und sind sinnlos wir halten mal reserve falls sie gegen punkt gehen kann sein dass ein paar querschläger kriegt unsere einheit oben steht jetzt direkt oben richtung nord ost ost da stehen sie gut halt hey georgia left face double quick on me let's move die wollen wir marschieren na guck mal wie fall verbrauchen eigentlich nicht so viele tickets mit dem scheiß deshalb lieber gar nicht ran darf das war einfach zu hoch die haben übergeschossen hier alles gut wir können jetzt auch nicht jetzt meistweit reinschießen bei der csa von hier aus seht ihr die einheit doch ihr seht sie sieht wir sehen sie drei bäume da oben ja der kleinere in der mitte genau da unterstehen sind die könnten auch an der fahre ist worden also haben wir noch genug ja wir haben uns jetzt gezeigt das ist halt das thema jetzt sind deshalb will ich ja mal nicht so oft schießen aber wir müssen jetzt mal ein bisschen rein ballern da company right so jetzt habt ihr ein bisschen sound vor euch aber ihr seht sie da hinten noch ballern nehme ich mal schriftet von oben runter das ist unsere einheit ja okay unsere block drückt und die kommen jetzt langsam nach unten mit allen einheiten dieser haben weil fliegeopfer direkt ins weißfeld reingehen werden wir auch mal machen was geht recover arms sollen wir hier bleiben sollen kommen mit ja auf der strah äh go nein Dürfe. Dürfe, Dürfe. Dürfe, Dürfe. Ich bin ein Koppe. Ich bin ein Koppe. ja jetzt stehen wir hier ja in der geschichte aber immer dran denken wir sind wichtig das letzte bastion hier alles so ein bisschen mir scheint es ist das hätten die jungs vor uns mehr spaß erzielen wir haben nicht gestorben los nach oben so und hier aus direkt richtung südost direction side east behind the fence line stair die rechte flanke ist komplett offen jetzt auf der straße regler werden zwei flaggen also direkt voraus jetzt auch hier ja ja take aim take aim fire reload ab ab können wir für die entfernung nicht die bayonne zu unternehmen darauf dass ich so von denen gleich wahrscheinlich nur an auf dem cat punkt gehen ok immer noch auf die straße zielen direkt voraus at the street gentleman take aim take aim aim fire aim die schuss ging wieder von der zaun oder wir gehen jetzt mal nach vorne Einfach um den wieder zu cappen, die cappen nämlich gerade. Add the double quick forward, double quick forward. Prepare for hold, and prepare for hold, prepare for hold. Hold, hold. Take A, direkt auf die Straße da. Take A! Let the sweep. Fire! Fire! Come on, right. Take A, direkt auf die Straße. Take A, direkt auf die Straße. A, direkt auf die Straße. Fire! 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 Ich gehe jetzt rechts in Weißfeld. Fire! 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 Wir gehen uns mal zurück, wir gehen jetzt nach rechts ins Weißfeld schon mal rein. die linke seite von der straße da hinten FIRE PIEW 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 PASS Ok jettbeer Drive Face Right Face Double Face forward It's a double forward Move over the fence Move over the fence Left of the league Left of the league Over the fence And over the fence Prepare for hold Prepare for hold Left face Drive Firenets Drive Firenets Direkt voraus jetzt schießen So Direction East South East Take aim Da wo die Flagge liegt Take aim Fire Oh die Flagge wurde auf Habt ihr da was getroffen? Negativ Nix eigenes Sehr gut Wir haben halt die linke Flagge Rechts ist Union glaube In unserer Flagge von uns reicht's Rechts? Feindliche Oder ist das feindlich? Ja so Süden Da war irgendwas mit ne blaue Flagge war da Ja da Ok jettbeer Double Ranks on my left Double Ranks on the left Double Ranks on the left Ran Ich hör stimmt Stimmt Friendly 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 Ok jettbeer Nochmal Double Ranks on my left Double Ranks on the left Double Ranks on the left 32 Hi Servus Jep So Joel Kommst du mal mit auf die Straße Ihr bleibt hier stehen Falls der vor euch Oder auf der Karte feiert will Alles klar Aber erst dann Wir gehen mal auf die Straße Joel Hier Und wie geht's euch so? Oh ja Gestern ging's doch Eigentlich waren sie nicht Joah Kein Lust auf die Tension Ganz ehrlich Ach jetzt was gehört Ein Sieg über die Yankees ist egal wo er geschlagen wird Ähm ja das stimmt auch Da gebe ich den Reckop Da gebe ich den Reckop Da 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 LOL das scheint gut zu laufen es gibt uns jetzt jetzt haben sie uns auch Ich bin jetzt wieder zurück. Jacobin. Right face, pick her to move out. Right face. Double pick forward. Double pick forward. Beifalls right. Beifalls right. Beifalls right. Beifalls right. Beifalls right. Beifalls right. So v guidance and over the fence. Up and over. We're not gonna miss the thornest big time. Over the fence. Where Rüber is Quick time. Counter March. Ar consensus response right. Ooh of new group. Prozent 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 Achtarjona Prozent 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 aber sie werden sich noch das ist was anderes wir haben sie verschreckt da oben jetzt gerade sind die da hinten hinter dem Hügel da hier ist ein paar Aufklärer da oben ja ja die stehen jetzt direkt Ok Gentlemen Quick Time Forward Quick Time Forward Left Reel Quick Time Forward and Left Reel Part Hügel vor Hügel vor Hügel vor Hügel vor Hügel vor Da ist die Fahne man sieht sie Ja Sie ist direkt über dem Boden dort Da sind zwei Fahnen by the way Direction North East East Straight over the earth Take it Take it Take it Quick Time Forward 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 Left Reel March Left Reel Hügel vor Hügel vor Hügel vor Hügel vor Hügel vor Hügel vor There is a flag coming down this side Yeah There are two flags by the way One is direction North East and one is direction North East East Copy that We have 50 seconds in front of us So it's fine Shifting wieder eine Fahne von rechts nach links Oben auf dem Hügel Ja Das ist die zweite Fahne Die sammeln sich jetzt So they come down over the left flank Seht ihr die Fahne da oben? Ja Hey 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 Yeah 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 Es sind jetzt 3 Flaggen da oben Und Mindestens 50 Aber die zieht sich schon wieder zurück Den haben wir eine gute Rehalte gegeben Wer nicht zieht sich von den Steinen zurück Ja Wir bleiben mit tuned dass wir sie aufhalten Verlangsam Wer nicht zieht euch da hinten in den Zaun zurück Dann können wir auch treffen Das passt ok rechts ist nicht gut aus ich glaube den haben wir gut gegeben definitiv auf rechts achten guck mal da oben in die straße die straße hinten die jette bei ne braucht nicht braucht bleibt verstehen da läuft gerade eine ganze einheit der sauberen ränge her wie sieht das aus jeder auf den ebermann acht links zwischen dreckig ok ich werde vorbex 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 verteidigung die fans zwei mal vorab wollte ich pass auf dich auf ah sehr schön wohl du hast deine anschau nicht an ich hab angst oh ja das ist das ist natürlich negativ ja Da kommen sie gerade drüber. Sieht noch nicht so ganz schlüssig aus. Aber eine Einheit ist noch da. Aber die ziehen jetzt alle wieder nach rechts. Oh, alle Fans! Double Ranks! On my left, fall in! Double Ranks! Wir schauen, ich schaue Nord-Ostrand. Direktion auf die Brütze da hinten. Fire! 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 Sehr gut. Wieder alle auf die rechte Seite. Das ist perfekt. So soll es laufen. Ein paar Skirmische da oben, die gehen uns erstmal nichts an. Links die Einheit zieht die da nach unten. Sieht auch gut aus. Perfekt. Oh, warum laufen die alle aufs Feld? So die laufen zu den Steinen. Okay, Jet. Left face! Left face! Left face! Forward! Quick time! Forward! Quick time! Forward! Perfekt! 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 Right face! Right face! Auf der Straße dahin! Die haben links bei uns ohne Lust. Ja, aber direkt voraus jetzt auch. Direkt wieder... Da sieht er den Rauch! Der Game! Hey! North East! North East! Fire! Oh, Fleißer! Der glorreiche Fahnensträger, der überlebt hat. Ich wurde aber einmal angeschlafen. Ich wurde da vorne gesetzt. So, auf der rechts vor Ort auf der Straße. After reload, rest the line. Guckt nach euren Nebenmännern. Seht ihr die grüne Fahne? Richtung Nord-Osten dort? 50 Sekunden ist nötig. 50 Sekunden! The Union comes forward now at the Street! Hey! Hey! Die linke Seite vorm Fensterleiter. Ah, hier drüben. Fire! Der war da drin, ja. Wie? Da seht ihr so ein paar die einzelnen Schüsse. Guckt ruhig dahin. Genau. Nicht die auf der rechten Seite. Die linke Seite davon. Das ist Union. Da wo gerade der Schuss kam. Fire! Oh! Was ist die Artie? Ah, das geht gut. Ah, alles gut Leute. Macht mal Single rank on my left, dann. Single rank on the left. Da seht ihr aus wie ne Linie hier. Das passt. Gut. Single rank. So ein Settlement! Oh! Verte rechts! Geh! Immer noch da auf die Straße! Hey! At the Street! The green flag there! Ja! Fire! Reload! Okay, also so kriegen sie uns auf jeden Fall nicht runter geschossen. Die müssen jetzt langsam Angriff machen. Da wird dann so was kommen jetzt. Direkt auf der Straße hinten jetzt. Direkt hinten. Die kommen jetzt auf der Straße. Ja! Big unit at the Street! Joel, guck mal was sie zusammen kriegen kann von den anderen Leiden. Take aim! Hey! Company take aim! Fire! Wir brauchen jetzt Hilfe hier. Ja, sie gehen ins Maisfeld. Ja, sie stellen sich oben hin. Ready. Aim! Hey! Company! Hey! Baaah! Oh, gute Lücke reingebaut. Ja, wollte gerade sagen. Die Lücke sieht man. Der Offizier hat da auch weggemacht. Der ist gerade wieder gespawnt. Vielleicht war es ja Weber. Jetzt nicht rechte Seite am Zaun. Das ist TSH da oben, ja? Linke Seite am Zaun. Okay. Okay, Jette. Das ist ein Smeri einer gewonnen, Jack. Ready. Double Crick forward! Double Crick forward! It's a Double Crick forward! Prepare for hold! Prepare for hold! Hold! Take aim! Hey! 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 Grüne Fahne! Fire! Und Leute, wir haben Single Ranks. Alle, die im Second Ranks stehen, liegen, anstellen. Wir sind jetzt fertig. So, wir haben immer noch ein Second Ranks. Jetzt haben wir das Feuer von ihnen abbekommen, aber das ist normal. Okay, Fallback, Gentlemen. Fallback! Red, Red Reload. Double Ranks! Auf meiner Seite, Falle! Double Ranks! Double Ranks, Entschuldigung. Okay, sehen Sie jetzt ganz oben auf dem Kürtischer stehen? Ja. Okay, Gentlemen. Feuer, left of Lee! Feuer, left of Lee! Feuer, left of Lee! Aim! Feuer! Was? Links! Charge! Lade nach, lade nach, lade nach, lade nach! Scheiße, 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 scheiße! Alles gut, wir können doch nachladen. Alles gut, laden nach! Alles gut, laden nach! Ja, ich bin nur eke. Ja, ja, die haben sich zurückgezogen. Ja, die haben sich in den Start. Gib mir, gib mir ein Check. Check. Double Ranks, auf der left! Double Ranks, auf der left! Double Ranks, auf der left! Prepare for Charge! Prepare for Charge! 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 Charge, Charge, Charge! Go get him! Wir reisen, wir reisen, wir reisen! Da, Yankee! Prepare for! Fire! Wo ist euch? I did not consent to this! Revenge! I did not consent! Revenge! Revenge! Bleib! 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 So muss das! Sie aus dem Bilderbuch! Ja! 50 second nach hinten! Äh, wir halten hier kurz wieder zurück! Alles klar! 50 second! 50 second! Take out of the stones! In event in fire! After reload! Fall back! Danke, Stone! After reload! 20 second! Fall back! So, wir sind, äh, im Tiki Losses! Könnte sein, dass hier ist noch ein richtiger Arlen, aber es ist ein bisschen... So ein paar Leute hören wir jetzt... Ja! Danke! Wir schauen direkt Richtung Ost, Nord-Ost, Süd-Ost! And double rank on the left, Gentleman! Also wir gucken so ein bisschen die Skirbelstadt oben an! Sieht ja schön aus! Ja! Schöne Linie! Schöner werden sie, wenn sie liegen! Da stimmt! Äh, die sitzen so weit auseinander, dass jeder was trefft, das ist wirklich... ...random also... Es könnte ein Bug-Ball, das ist sowieso schon random! Ja! Kann wir still die Flagge als ein Trophy? Haha! Das Ding ist, wir können sie holen! So, ja! But, das war's a nice shot! Okay, Jett, aber wir fahren so umunterglückbar! To the Skirbelstadt! Above the hill! Direction! North-East-East! Take aim! Take aim! Spiegel schießen! Oh, denk an den Rechtsschritt! Bah! Ich hab meinen nicht getroffen! Ach, also... Ich auch nicht! War ja unten so oben! Reicht das, Gott sei Dank? Wir zeigen mal, dass wir da sind! Ja! Wenn ihr einen rausnimmt, sind drei Tickets weg, das passt schon! Boah, ich glaub, so langsam müssen wir mal wieder sterben, ne? Habt ihr noch Munition? Joa! Joa! Doofi haben wir jetzt auch wieder nicht geschossen, oder? Hey! 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 Lass mir einmal die Freude, ich bin noch nicht gestorben heute! Ich auch nicht! Feuer! Meldung? Ja! Ihr geht nach oben, ich seh's! Ja, okay! Alles klar! Wir bleiben trotzdem hier unten weiter! Gut! Na, sie hauen ab! Rechte Seite, da zieht jetzt ne Einheit direkt nach oben! Seht ihr die da jetzt? Nein! Ich nicht! Nicht mehr! Okay, dann wartet kurz, bis der Rauchverzügung ist! Der ist Ost-Süd-Ost! Direkt oben ab dem Deckfest! Seht ihr eine grüne Falsch? Ah ja, jetzt! East-South-East-East-East-East-East-East-East-East-East-East-East! Ja, da habt ihr sie gut geärgert, das passt! Also ins Braking kriegen wir sonst nicht mehr! Ne! Sieht gut aus! Na ja, das hat noch nichts zu sagen, da kommt auf jeden Fall noch die Charge! Ja, keine Angst! Ja, ja! In den nächsten 3 Minuten! Ich habe Angst, dass die 52 dafür viel zu weit weg ist dann! Ja, aber okay! Take Aim! Take Aim! Take Aim! Fire! Moment geht's noch! Lange die Situation so bleibt, ja! Komm jetzt unten auf die Straße! Ja, jetzt geht's noch wieder nach oben! So richtig entscheiden können sie doch nicht was machen! Take Aim! Take Aim! Take Aim! Fire! Oops! 52 ist noch da oben! Fahrende wedelt noch schön! Sieht auch gut aus! Oh, Peace Soldier! Damn! Good Job, Gentleman! So far! But there comes the last push! And yeah! Let's hope we can hold them! Take Aim! Take Aim! On the left hands! My head! My friendlies! Yeah, but on the left side not! This is the enemy! The next team kill! Ja, schießen wir auf die eigenen! Nein, nein! Wir schießen nicht auf die eigenen! Wir haben zwei Teamkills jetzt! Habt ihr nicht? Wo schießen wir hin? Okay, dann zieh's feiern! Zieh's feiern! Zieh's feiern! Zieh's! Wenn die wieder Teamkills macht, dann... Black im Kornfeld, aber das sind unsere, ne? Das ist unsere! Ja! Keine Schüsse ins Kornfeld, nur links an den Zaunen! Ah! Okay, gentlemen! Dabler-Racks on my left! Vorne! Dabler-Racks on my left! Dabler-Racks on my left! Hey! Hey! Na oben am Bügel! Feier! Ich hab grad keine Munition mehr gehabt! Okay! Ich bin doch gestorben! Das ist gerade immer mehr! Ihr habt die Fahrle übrigens auch... Achso, John! Du hast wieder Munition! Der Glückliche! Wir kriegen jetzt von links auf die Fresse von der 52. Take! Aim! Take Aim! Voraus! At the hill there! Hilltop! Feuer! Böde Salve! Und ne Lücke! Die war vorher auch schon da! Ah! Okay! Aber ihr habt schon was da gekocht! Ja, die bricht gerade! Jupp! Ich glaub, jetzt zieh ich zurück! Ja! Du wirst gemacht, Jungs! Konnt man richtig schön beobachten! Geil! Fall back over the fence hier! Fall back over the fence! Fall back over the fence! Fall back over the fence! Dem offiziell hinterher! So! Double ranks on my left! Fall in! Double ranks on the left! Double ranks on the left! Double ranks on the left! Okay! Nicht mehr! Haha! Die Schuss! Okay! 52. Ist immer noch Richtung Nordosten! Osten! Das heißt, da ist auch keine Union! Die sind alle auf der rechten Seite! Und da oben auf dem Hügel! Oh! Hügel kommt vor! Ja! Oh! Nein! Die chargen! Nein! Ja! Das ist nur ne kleine Unionsfahne da! Alles gut! Okay! Nicht mehr, nicht mehr! Den Mann! Dabbel ranks on the left! Dabbel ranks on the left! Dabbel ranks on the left! Jetzt geht's los! Jawohl! Gerhard, im hinterfotage! Gerhard! Gerhard, im hinterfotage! Gerhard! Gerhard! Gerhard, im hinterfotage! Ich bin leer, tut mir leid. Hau sie weg. Da hinten, nach hinten, nach hinten, nach links, nach hinten. Hier, 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 hier. Hier sammeln, nachladen, in Ruhe. Lass sie nach, hier, 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 hier. Nein, nein, noch mehr zur rechts, noch mehr. 56. 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Ja, rechts. Nehmen wir die Zaun, geh ab in den Zaun! Ab in den Zaun! Ab in den Zaun! Nehmen wir die Zaun, nehmen wir die Zaun! Sehen. Haben wir eine Plannfaung? Ja, bitte be hinter daien. Na, ganz schön. Charge, get him wrong! Charge! Los, Counter Charge! 6, Counter Charge! Ja, rechts, Chargen, Virginia! Rechts, rechts, los! Rechts rum, rechts rum, hier, hier, hier. Da sind schon weg. Hier bleiben, hier bleiben, hier bleiben, in den Zaun. In den Zaun, in den Zaun, halt! In den Zaun, besetzen! Ah, nee doch nicht. Weg? Ah, links kommt die Bälle! Was ist passiert? Run! Run! Union! Run! Union! Nix, fight will! Bleib, da kommt Zaun weg! Oh, schiss! One, one, one! Schatz, mal auf! Oh, oh, oh! Wir sind hier, wir sind hier! 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 Lager, geh irgendwo zu der Eilert, das war der Reistraum, Alter! Wo zeigst du den Held? Ja, ich bin jetzt gleich bei der Eilert, warte! Warte, 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 warte! Wir sind hier, wir sind hier! Bereitutes und aluminium! Wir suchen. Interesse! Das war die eel zuge. Wezieh完了. Presente London- dudas. Da erwähnen im هوsten strenn. Wir sitzen dort, der Kampf ist. In wel assemüller. Madame! Bei sonstigen? Da war rüber auf die andere Seite. Ja, run home, bitch! Go get your pit for it! Right down the fence, down the right! Keep going boys! Put the red in them! Hold this fence sign, hold this fence sign. Keep going! Keep going right, follow the main blob, follow the main blob. Take it to the right, follow the blob. Take it to the right, follow the blob. Take it to the right, follow the blob. About here, Oscar. About here, Oscar. On the fence, independent. Ready? You have to get to the objective. Who the fuck did he go? Don't be rude, don't be rude. Sit down the fence, run. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. They don't push it, don't push it, don't push it. I understand. What's going on? Let's go. Let's go. Let's go. We got it. Right, right, right. We got it. We got it. Come on boys, you guys need to get out of the point. Okay. You have to look and see. You had to look for your first murder. Yes, I was about to die. I've been dying, or never really. Yeah. You did too well. You have to look and see. It's fine. Okay. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020